Nun, als Italien schließlich dem Krieg beigetreten war, können wir eine Menge Ereignisse und Intrigen an der italienischen Front beobachten. Einige von euch mögen sich doch fragen, was Italien überhaupt dazu verleitet hat, dem Krieg beizutreten und darum werde ich jetzt darüber sprechen. Ich bin Christoph Krachten, willkommen zu einem Special über Italien und die Ereignisse, die zur italienischen Kriegserklärung führten. Italienische Geschichte war eine ganz neue Sache. Tatsächlich wurde Italien erst 1861 zu einer einzigen Nation vereinigt. Das geografische Konzept Italiens, das von den Alpen bis zum südlichen Gipfel der Halbinsel ging, war zwar uralt, aber Italien wurde bis zum Fall des Römischen Reichs 1500 Jahre zuvor nie vereint. Aber die drei Kriege der Vereinigung, hauptsächlich gegen Österreich-Ungarn, gelegentlich auch mit französischen Eingriffen, führten zum erwünschten Ergebnis und die italienischen Patrioten unter der Führung von Giuseppe Garibaldi bekamen ihre Nation. Trotzdem gab es immer noch Boden, der nicht zu der italienischen Union gehörte, namentlich einige der südlichen Alpen und die Hafenstadt Trieste, die Teil von Österreich-Ungarn war. Und so war das Wort, das den Einstieg Italiens in den Krieg begleitete, Irredentismus, Zurückeroberung, Eroberung des italienischen Territoriums. Wenn wir uns nun Italien im Jahre 1914 anschauen, betrug die Bevölkerung etwa 35 Millionen und war somit die sechstgrößte Nation Europas. Italien war jedoch arm und hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt und im Vergleich zu anderen großen Ländern ziemlich unentwickelt. Ihr Einkommen pro Kopf zum Beispiel war gerade mal die Hälfte von Frankreichs und der Analphabetismus war unter den Italienern sehr hoch. Obendrein produzierte Italien nur wenig Stahl, war abhängig von britischer Kohle und sogar in Sachen Nahrung auf den Import von Weizen angewiesen, um zu überleben. Außerdem gab es trotz der Vereinigung kein wirkliches Gefühl von nationaler Zusammengehörigkeit unter großen Teilen der Bevölkerung. Es bestand nicht mal eine ethnische Gemeinsamkeit durch die Sprache. Ein Venezianer und ein Sizilianer zum Beispiel konnten sich nicht verstehen. Die italienische Sprache war ein Florenzer Dialekt und weitestgehend in der Elite des Volkes gesprochen. Die Vereinigung brachte also nicht die erhoffte soziale Revolution hervor und die Macht blieb hauptsächlich bei den Landbesitzern und Unternehmern, die Verbitterung und politischen Tumult förderten. Tatsächlich gab es ein italienisches Sprichwort, das besagte Nun, dass wir Italien geschaffen haben, müssen wir immer noch die Italiener schaffen. Politisch gesehen war Italien eine konstitutionelle Monarchie mit Victor Emmanuel III. auf dem Thron, wie auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Ära war jedoch politisch hauptsächlich von dem Premierminister Giovanni Giolitti geprägt. Die Zeit von 1901 bis 1914 wird auch Giolitti-Ära genannt. Er war der Meister des Transformismus, die Kunst, die rechts- und linksextremistischen Parteien aus der Politik auszuschließen und eine zentrale, gemäßigte Koalition zu erstellen. Er war liberal und genehmigte eine Reihe von fortschrittlichen sozialen Reformen, die den allgemeinen Lebensstandard verbesserten. Als der Krieg ausbrach, war er kein Premierminister mehr und wurde 1914 durch den konservativen Antonio Salandra ersetzt. Giolitti war nun bei einem Großteil der Extremisten verhasst, besonders von denen, die für den Irredentismus waren. Sie betrachteten ihn als einen Spießer, dessen Ideen klein waren und an Inhalt mangelten. Ich sollte noch erwähnen, dass es viele Extremisten in Italien gab und die radikalen Bewegungen dort viel aggressiver als die meisten in Europa waren. Sogar in der Kunst kann man diese Strömungen erkennen, wenn man sich zum Beispiel die futuristischen Skulpturen des Umberto Bocchioni oder die Werke des Poeten Gabriele Danunzio anschaut, in denen er nationale Helden darstellt, die die Vorteile von allem Modernen anpreisen. Autos, Waffen, Schnelligkeit, Fliegen und andere radikale nationalistische Ideale. Italien erprobte sich schon einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg auf der großen Weltbühne, insbesondere im italienisch-türkischen Krieg in den Jahren 1911 und 1912, der zwar Libyen für Italien sicherte, es jedoch wirtschaftlich ruinierte und einen großen Einsatz an Männern forderte. Noch vorher, im Jahre 1882, trat Italien dem Dreierbündnis mit Deutschland und Österreich-Ungarn bei. Dieses Bündnis war ein schützender Pakt, der besagte, dass wenn einer der drei von einer einzigen Nation angegriffen würde, keiner eingreifen würde. Wenn es jedoch zwei oder mehr Angreifer waren, würden die anderen zwei einschreiten und sich gegenseitig verteidigen. Das Bündnis sollte ursprünglich am 8. Juli 1914 auslaufen, wurde aber 1912 erneuert und der Artikel 7 wurde hinzugefügt. Dieser Artikel garantierte beiden Vertragsstaaten, in diesem Fall Italien und Österreich-Ungarn, Vergütung, wenn einer der beiden entweder temporär oder permanent Territorium im Balkanstaat einnehmen sollte. Das ist sehr wichtig. Im Juli 1914, ein paar Wochen nach dem Attentat auf Franz Ferdinand, warnte Italiens Außenminister Österreich, dass wenn Österreich Serbien den Krieg erklären würde, ohne Italien zu informieren, sie durch Artikel 7 Entschädigung verlangen würden. Österreich strebte zwar nicht nach Territorium, erteilte aber das Ultimatum an Serbien, ohne Italien Bescheid zu geben. Die italienische Regierung empfand diesen Akt als einen Verstoß gegen diesen Artikel und entschloss sich, eine neutrale Rolle einzunehmen und war somit von seinen Pflichten befreit. Und das war's. Nein, Moment mal, das war's nicht. Die Bekanntmachung der Neutralität Italiens löste einen öffentlichen Tumult aus. Es gab Streiks und Demonstrationen und als die Monate vergingen, fragte man sich weniger, ob Italien dem Krieg beitreten würde, sondern eher, auf welcher Seite es kämpfen würde. Es gab, wie ich bereits gesagt habe, viele Hitzköpfe, welche wirklich einen Krieg wollten und besonders die, die österreichisches Land wollten. Das Kabinett war sehr anti-österreichisch und Zalandra, der neue Premierminister, unterstützte den Einstieg in den Krieg an der Seite der Entente. Wenn ihr unsere wöchentlichen Folgen schaut, wisst ihr bereits, dass der Winter zwischen 1914 und 1950 keine leichte Zeit für Österreich-Ungarn war. Gedemütigt im Kampf gegen Serbien, das Verlieren eines riesigen Symbols des Habsburger Stolzes, die Festung Pschemischl an die Russen und sogar eine russische Invasion. Die Situation war ziemlich verzweifelt. Wenn ihr also Italien wärt, was würdet ihr tun? Welcher Seite würdet ihr euch anschließen? Deutschland und Österreich? Nun, was würde das bringen? Österreich war augenscheinlich genauso wenig wie Deutschland daran interessiert, ein Engagement Italiens auszuzeichnen und seinen Gewinn zu teilen. Wenn man der Entente beiträte, mit dem österreichischen Imperium auf den Knien, könnte man sein Gebiet zurückerobern, das Adriatische Meer kontrollieren und eine Macht im Balkanstaat werden. Das erschien ziemlich einfach zu dieser Zeit. Und vergesst nicht, Österreich war nicht besonders beliebt in Italien, denn welcher Verbündete hatte schon 700.000 italienisch sprechende Einwohner. Auch sehr wichtig war die Abhängigkeit Italiens von Frankreich und Großbritannien, die es mit Energie und Nahrung versorgten. Was sollte daraus werden, wenn Italien den zentralen Mächten beitrat? Lasst uns ein paar Momente vom Anfang des Krieges anschauen, damit die Lage des Landes noch etwas besser zu verstehen ist. Am 11. August erklärt Italien, dass es die Neutralität gegenüber Deutschland und Österreich-Ungarn beibehalten wird. Wenn es jedoch eine Änderung im Gleichgewicht im Balkanstaat, Mittel- oder Adriatischem Meer gibt, wird es sich mit Frankreich, Großbritannien und Russland vereinigen. Am 12. August verspricht der französische Präsident Raymond Poincaré dem italienischen Botschafter, dass es nach dem Krieg, wenn Europa wiederhergestellt wird, seine rechtmäßig verdiente Position erhalten wird. Der russische Botschafter sagt, dass Italien nur Land erhalten wird, wenn es es mit seiner eigenen Kraft erobert. Am 21. August schreibt der italienische Armeechef Luigi Cardona eine Aktennotiz zu einem möglichen Konflikt mit Österreich-Ungarn. Als der Winter weiter fortschritt und Italien riesige Gebietsansprüche an Österreich stellte, um neutral zu bleiben, sagte der österreichische Außenminister Baron Istvan Burian, Zitat, Wenn ich eine leere Pistole an meiner Brust habe, eile ich nicht, meine Brieftasche hervorzuholen, sondern warte, bis die Pistole voll ist, um mich zu entscheiden. Zitat Ende. Im März präsentierte Italien dem britischen Außenminister Edward Grey 16 Forderungen, die erfüllt werden sollten, damit Italien dem Krieg beitrat. Grey sagte, sie wären generell einverstanden, müssten aber noch einmal die Details ausarbeiten. Im selben Monat teilte Salandra dem König mit, dass eine Revolution ausbrechen würde, wenn Italien dem Krieg nicht beitritt. Am 11. April demonstrieren gewalttätige Interventionisten und einer dieser Kriegsbefürworter, Benito Mussolini, wird verhaftet. Etwa zwei Wochen später, am 26. April, wird der Londoner Vertrag von Italien, Großbritannien, Frankreich und Russland unterzeichnet. Laut dem Vertrag erhält Italien Südtirol, Trieste, Albanien als Protektorat, die Adriatischen Inseln, ein Teil der Türkei, wenn die Osmanen besiegt sind, koloniale Zuschläge in Afrika und 50 Millionen Pfund. Außerdem soll kein Papst an einer möglichen Friedenskonferenz teilnehmen. Im Gegenzug soll Italien keinen Sonderfrieden nach dem Eintreten in den Krieg abschließen. Es beanspruchte ein paar Monate für Salandra, den Eintritt in den Krieg der Allgemeinheit zu erklären, da die meisten gegen den Krieg waren. Aber er verkaufte es ihnen und am 23. Mai erklärt Italien, Österreich, Ungarn den Krieg. Die Zeit, in der Italien im Frühjahr 1915 beitrat, war eine sehr turbulente im Ersten Weltkrieg. An der Ostfront tobte eine gigantische Schlacht zwischen Österreich, Ungarn und Russland und auch an den Dardanellen wurden unerfahrene Truppen gegen die osmanischen Verteidigungen geworfen. Mehr über diese dramatische Zeit erfahrt ihr hier in unserer Folge vom 28. Mai. Was denkt ihr über die Bedeutung von Italien im Ersten Weltkrieg? Waren sie kriegsentscheidend oder hätte ihre Neutralität auch nicht viel geändert? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch unser Kanal gefällt, dann empfiehlt uns doch euren Freunden, Kollegen oder eurem Geschichtslehrer. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen wir uns natürlich genauso. Bis dann. Bleibt dran.